Ich hatte keine Wahl! Und gucken mal, was... Testbild? Ich habe dir gesagt, du gehst weg. So, okay. Machen wir das Radio aus. Ah, schade. Nicht ganz die Mitte. Auch nicht ganz die Mitte. Und schon überhaupt gar nicht die Mitte. So. Okay. Was läuft denn hier? Ah, ja. Qualitätsunterhaltung. Hey! Ohne soweit! Finger weg! Nein heißt nein! So, oh, Rettungsschwimmer. Schlüsselkarte. Wir haben die Schlüsselkarte. Sehr schön. Können wir mal reinschauen in den Schrank. So. Okay. That's it. Und... So, wir haben die Schlüsselkarte zum... Rettungsschwimmer-Turm. So, natürlich... Raub ich ohne seinen ganzen Bruder aus. Und guck, was ich hier schön finden kann. Ja... Das ist relativ schnell, als ich hier... Ganz dolle Schlimme wohnen. Ganz dolle Schlimme wohnen. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. So, okay. Wir gehen mal wieder zurück. So... Okay. So, leider können wir noch nicht den kompletten Weg durchrennen, weil wir halt einfach Schlappwurst sind. Eine totale Schlappwurst. So... So... Oh... 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 Einfach schön. Einfach schön. So... Okay. Weiter runter, weiter runter. So, ich glaube, wir haben auch so... Es gibt so bedingt Fallschaden. Oh, naja. Der ist doch ja nicht mal so ohne. So fixier. Okay. Gut. Da pfeifen wir uns erstmal kurz mal ein Energy-Drink drin. So. Zack. Haben wir. Wunderbar. So. Offene Tür ist jetzt aber auch nicht so geil hier. Sinemoi. Ja. Okay. Thanks to you. We might all just make it. Okay. 400 EP. Das ist nicht schlecht. Ist ja totaler Quatsch. Gelber da drunter, unter unserer Lebensanzeige ist natürlich nicht die Ausdauer, sondern ist unsere XP-Anzeige. Wenn die sich füllt, machen wir ein Level. Klar. So. Exilus. Und wir bekommen als Belohnung einen Bauplan. Genagelt. Okay. Bereit zu gehen, wieder raus? Ich brauche dich, eine Lebensanzeige zu finden und sehen, ob es sicher ist. Kannst du das für mich tun? Natürlich. Kann ich das für dich tun. Hier sehen wir auch ein bisschen die Schwierigkeitsgrad. Eins von fünf ist jetzt nicht so dolle irgendwie. Das kriegen wir hin. Okay. Selbst mit Paddel. Take the beach. It's the shortest way. We'll come as soon as we know, it's safe. There should be a working radio inside. Signale, when it's clear. Okay. Okay. Na gut. Dann gehen wir mal vor. So. Okay. 200 Meter entfernt. Na dann. Auf geht's. Gehen wir mal diesen malerisch wunderschönen Strand entlang. So. Vorher würde ich noch mal ganz kurz gucken, wie es um meine aktuelle Waffe bestellt ist. Äh. Schnibidibib. Wollen wir mal kraftlose Tauchermesser. Nein. Hat er das jetzt abgelegt? So. Okay. Ja. Das wurde auf jeden Fall nicht lange halten, das Ding. Das wurde nicht lange halten, das Messer. Aber vielleicht haben wir damit ein bisschen mehr Power. Und können uns damit ein bisschen effektiver verteidigen. Als mit nem Paddel. Wo? Wir können tatsächlich auch zusehen, dass wir viel mit Tritten arbeiten. Weil wir sind ja natürlich Kampfkunst approved. Wo? Wie? I'm coming. I'm coming for ya. Zack, zack. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr so wirklich. Hallo? Wo ist sie? Wo ist sie? Gib sie her. Du Schwein. So. Okay, wir gucken mal woanders noch rein. Ja, nischt. Auch nix. Ah, wieder eine Kiste. Wir müssen auf jeden Fall... Oh, hier können wir auf jeden Fall reinschauen. Hammer. Na, wir nehmen mal mit. Zur Not können wir das alles auch verkaufen. Und kriegen dadurch halt ein bisschen Geld. Äh. Wir müssen aber echt zusehen, dass wir... irgendwie wenigstens diese Dietrich 1 Stufe mal irgendwie hinkriegen. Nägel. Oh, das ist gut. Das nehmen wir mit. Mhm. So, dass wir auf jeden Fall die Kisten öffnen können. Also, die ab Level 1 halt sind. Na, ich glaube, das geht bis Level 3 hoch. Und, äh... Ja. Alles fängt mit Level 1 an. Okay. Ei, 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 ei. Bada bim, bada bumm. So. Ah, okay. Hier haben wir zum Beispiel einen Zivilisten, der Hilfe braucht. Oh Gott. So, und jetzt ist unsere Ausdauer schon am Arsch. Das ist schon mal nicht gut. Drei Gegner ohne Ausdauer ist immer so ein bisschen doof. Waffe ist auch schon ein bisschen kaputt. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen... Mit Dritten arbeiten. So, ich bin ja schon da. Bin ja schon da. In your face. Zack. Ah, keine Ausdauer. Oh, Ausdauer. Ja, du. Entspann dich doch. Ich bin da schon bei. Ich bin da schon bei. So. Na, guten Tag hoch. Wer bist du? Du bist Harris. Oh, fuck. Ja. Jesus Christ. Wenn du nicht hierher gekommen bist... Na, da komm ich doch mal mit. Mal kicken, was du da hast, mein Freund. So, zieh mal durch. Lass uns ein bisschen plündern. So, warte mal. Ich muss erstmal hier Coca-Cola Light trinken. Ah, mal durch. Aha, okay. Hier haben wir erstmal Wasser. Der Rechner wird hoch ausgeschlachtet. Kasse nehmen wir. So, hier haben wir nochmal einen Fakt. Der Benoit Herald Ausschnitt 2. Wir gehen nachher nochmal so ein bisschen auf diese ganzen Sachen ein. So, unermüdliche Tauchermesser. Das nehmen wir mit. Scharf ist immer gut. Mach das. Ruhe dich mal kurz aus. So, hier haben wir eine Werkbank. In der Nähe befindet sich eine Werkbank. Du kannst daran Waffen modifizieren, reparieren und upgraden. Cool. Vielleicht ist da etwas drin. Ja, vielleicht. So. Loot, Loot, Loot. Wo bin ich? Toll auf Loot. Klebeband nehmen wir mit. Draht nehmen wir mit. Das sind alles gute Sachen. So, wir schauen mal rein. So, wir könnten reparieren für 47 Dollar. Das ist schon nicht wenig. Das ist nicht wenig. Aber wir werden es mal trotzdem machen. Wir können zum Beispiel, wenn wir einen Bauplan haben. Ja, wie hier zum Beispiel. Hier steht zum Beispiel immer was wir dafür benötigen. Die Teile oder vor allen Dingen halt auch die Waffen. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier, brauchen wir einen schweren Morgenstern. Den haben wir natürlich nicht. Deswegen können wir die Waffen nicht bauen. Der Schlitzer zum Beispiel ist ebenfalls für stumpfe Schlagwaffen. Und der leider auch. Also wir bekommen am Anfang tatsächlich sehr viel für stumpfe Waffen irgendwie. Naja, was so ein bisschen blöd ist. Da sind wir im Nachteil. Etwas. So, okay. Haben wir, haben wir, haben wir. Den gehen jetzt mal weiter. Ah, wie schön. So. Da oben ist der Rettungsschwimmerturm. Da müssen wir hin. Das ist das Ziel. So, das Gute ist, am Anfang kann man tatsächlich noch die Leute relativ... Oh mein Gott. Oh, kommt der irgendein an die Rand? So, da vorne. Stoppeln! So, sehr gut. Noch inner. So, zack. Okay, haben wir gekriegt. Habt euch jetzt mal alle ein bisschen eingekriegt, Leute hier. Dankeschön. Ist voll lieb von euch. So, okay. Dann gucken wir mal kurz hier mal in die Umkleidekabine. kraftloses Eigenbaumesser. Messer. Wir nehmen alles erstmal mit, weil Messer ist. So. Darf ich hier wieder raus? Dankeschön. So. Gucken wir mal. Ah, hier hat jemand seine Tasche stehen lassen. Da stipitzen wir erstmal. Hallo? Deine Kabinenzeit ist vorbei. Dankeschön. Schwaches Eigenbaumesser. 30. Egal. Wir nehmen erstmal alles mit, sonst wird es verkauft. Was sonst. So. Wir können auch an diesen Werkbänken, an dem wir gerade dran waren, können wir auch die Sachen verkaufen. Die kriegen mich von da hinten schon mit, ne? Also manche. Das war ein guter kritischer Treffer. Ein Kopftreffer sofort. Platicowski. Oleander nehmen wir natürlich mit. Besenstiel nehme ich nicht mit. Das ist mir so schäbisch. Das ist mir so schäbisch. So. Okay. Die Stufen gehen da vorne hoch. Oh. Ja. Voll der Arsch am Strand, Alter. Voll der Arsch am Strand. So. Zack. Haben wir gekriegt. Wunderbar. Ja. Am Anfang ist das alles noch wunderbar einfach. Und nachher werden die Gegner halt echt anspruchsvoll. Anspruchsvoll. So. Haben wir. Oha. Okay. Jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh. Von allen Seiten, ey. Liegen bleiben. Also man muss halt immer gucken, dass das tatsächlich der Kampf so übersichtlich wie möglich fein ist. Weil man kommt ganz schnell in so eine hektische Szene irgendwie und dann bist du so schnell tot. Und sich erstmal irgendwie eingekesselt haben, dann denk ich vorbei. So. Wir sehen zum Beispiel jetzt, Lebensanzeige ist schon gut runter. Ich denke, ich hätte noch einen Treffer abbekommen und dann wäre ich tot gewesen. So. Ich guck mal, ob hier vorne noch irgendwo eine Coke oder sowas rumliegt. Und ein Energy Drink. Ich glaube, hier vorne findet man sehr schnell irgendwas. Hoffentlich. Ah. Schnell, schnell, schnell. Oh je. Ja. Schön. Ist aber, wenn du was brauchst. Wenn du was brauchst. Ein Hammer. Ah, da vorne. So. Komm. Gib dir. Zack. Nein, wie er fast voll. Fast. Okay. Weiter geht's. Einmal nochmal Energy Drink. Okay. So. Benutze einen Kartenleser, um zum Rettungsschwimmern-Zonen zu gelangen. Okay. Oh. Okay. Steht drauf. Ne. Wir können Gasflaschen anheben. Wir können Gasflaschen anheben. Und wir können sie tatsächlich zum, zum, also wir können die werfen. So. So. Scheiße. Okay. Wir können aber auch einfach sagen, wir werfen sie und schießen dann drauf. Das würde auch gehen. Die haben aber natürlich nichts mit dem wir schießen können. Alles klar. Also. In dein Gesicht. Oh Gott. Ziemlich viele, ziemlich viele, ziemlich viele. So. Ich bin jetzt schon ein. Oh. Guckt euch mal bitte auf der Karte an. Die ganzen, die ganzen Skeletts, die ganzen Totenschädel sind halt Feinde. So. Okay. 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 Ich bin jetzt mal ein bisschen übereffektiert hier mit dem ich schreie. So. Komm mal her. So. Kommt er her. Oh. Der war nicht schlecht. Oh. Schönes Ding. Der war, der hat gut gesessen. Der hat gut gesessen. So. Hier ist tatsächlich noch eine. Okay. Auf geht's. Schön. Sehr gut. 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 Schön. Haben wir mal kurz die aufgeräumt. Das ist super. So. Hier nochmal schnell einen Energydrink hinterher. Wirklich unverhältnismäßig, wenn man sich einfällt hier. Also. Kids, don't try this at home. Okay. Oh. Okay. 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 Also. Ihr hört schon an dem charmanten Geknurre. Der Typ ist tatsächlich eine. ein bisschen andere Nummer, irgendwie. Der ist das, was man hier in dem Spiel einen Schläger nennt. Das heißt, wir haben tatsächlich relativ viel Power. So. Oh, schnell, schnell, schnell. So, wenn du nämlich von dem Kelle kriegst, dann ist es auch ganz blöd. Dann ist es... Okay, man muss tatsächlich immer so ein bisschen genau dieses Zeitfenster abwarten, wenn er sich halt so nach hinten wirft und so schreit. Boom. Weil dann greift er dich nämlich nicht an. Ansonsten nimmt er dir meistens einen Schwinger und das wartet dann. Weil dann, da ist also bei... Was haben wir jetzt? Fünf Lebensbalken? Da ist ja ein schnell aus. Da ist ja ein schnell aus. Wir haben einen Fähigkeitspunkt dazugewonnen. Wir schauen mal kurz. So, was gibt's denn hier? Sprungangriffe mit scharfen Waffen richten zusätzlichen Schaden an. Das ist ganz cool. Erhöht Schaden mit allen scharfen Waffen. Sehr cool. Erhöht die Haltbarkeit von scharfen Waffen. Der... Da würde ich gerne ein Upgrade draufsetzen. Das finde ich gut. Naja, weil umso länger halten die Waffen, umso mehr Kohle haben wir, etc., etc. Naja, muss ich euch ja nicht erklären. Ihr seid ja Pros. So, okay. Was haben wir hier noch? So, wir schauen natürlich immer schnell überall rein. So, hier kommen wir nicht rein. Der Rettungsschwimmer-Turm ist, wie wir auf der Karte sehen, voll mit Untoten, die wir natürlich jetzt erstmal hier kurz mal klieren müssen. Hier haben wir nochmal... Na, links, rechts? Wo lag die? Zack, zack, zack. So, jetzt habe ich gar nicht auf das geachtet, was der Typ mir da erzählt hat. Schöne, schöne Bananen hier irgendwie. Okay. Scheiße, mein Messer ist am Arsch, die ich jetzt gerade erstmal... Das ist nicht gut. So, okay, warte mal. Ganz kurz. Okay, alles klar, da ist jemand abgestürzt. So, habe ich denn nochmal... Probieren wir mal hier das Eigenbaumesser ausrüsten. Und das hier, zack, zurück. So, ich hätte das jetzt auch reparieren können, aber das würde ich jetzt am Anfang tatsächlich eher nicht machen. Also auf jeden Fall nicht so häufig, weil halt einfach, es ist tierisch teuer. So, vielleicht kann ich auch ein bisschen mehr mit Tritten oder so arbeiten. Und die halt erstmal am Boden zu lassen. Und den niederzulatschen. So, babämm, babumm. So, oh, ich vorhin habe mal noch einen Fakt. Und den Rechner werden wir noch kurz durchsuchen. Und jetzt befindet sich noch ein Untoter auf einer anderen Etage tatsächlich. So, schnell alles abgelootet. Und Energydrink geht immer. So, wir können uns auch Energydrinks kaufen am Automaten. Aber das will ich nicht. Also ihr seht, ich bin sehr knausig. Ich will kein Geld ausheben. So, Taschenhapen halt mal aus, weil wir müssen jetzt da vorne hoch. Okay, da ist also jemand im Dschungel abgestürzt. Können wir uns nachher rum. So. Okay, da kommt er nämlich gerade runter. So, ist man um die gekümmert. Oh, okay. Oh, lalala. Hier geht es nicht kommen sehen. So, kurz warten. Ausdauer. Eieieieieieieieieieiei. So, okay. Wenigstens den haben wir gekriegt. Ich muss ein bisschen hier mit meinem Ausdauer-Manager mit durchpassen. So, hier pflegt der Kick in die Fresse. So, und du jetzt auch noch. Tschüssikowski. So, und schon ist Ruhe. Enjoy the silence. Schnuppidi-Schnupp. Schnell mal einen Energy-Drink. So, okay. Also wir müssen jetzt hier gleich rein. Ich will nur ganz kurz mal gucken. Nicht, dass ich jetzt hier erstmal schon irgendwas, vielleicht eine coole Waffe übersehe oder so. Oh, nein, nichts. Oh. Ich wäre so gern dort. Okay, dann rein mit uns. Lifeguard. Metallschrott. Sehr schön. So, nicht, mein Freund. So, kontaktiere Cinema über Funk. Das machen wir jetzt gleich. Okay, machen wir das klar. Oh nein, du kannst es tun. Alles klar, los, komm drüber. Let's go. Ja, aus sicheren Fernern. Von hier. So, beschäftigt mit Überleben. Oh Gott, und da ploppt alle Doftdauern. Dankeschön. Aber wir werden es nicht lange ohne Essen machen. Hilfe wird nicht bald kommen. Wir müssen zur Stadt gehen. In der Zwischenzeit, vielleicht kannst du sehen, ob jemand Hilfe braucht. Na klar. So, was hast du? Ermüdendes Eigenbaumesser. Cool. Nimm ich. Aber ich bin voll. Was nicht cool ist. Also ich muss erstmal ganz kurz irgendetwas raus. Am besten nicht paddeln. So, fallen lassen. Zack, damit ich dich aufnehmen kann. Jawohl. So, hier haben wir quasi unsere Karte für die Schnellreise. Die wird tatsächlich nachher mal noch interessant. Die Mucke ist auch sehr, sehr cool. So, Dominic. Hey, ich bin Dominic. Dieses Stück der Scheiße ist zu weh, um über die Eiland zu erreichen. Wir brauchen ein Signalamplifier, um durch die Stattik zu kümmern. Ich habe gearbeitet an einer Anplifier in der Lichthaus. Ich bin sicher, dass sie da ein Amplifier haben. Wir würden nicht eine Minute gegen diese Dinge dauern. Aber du? Ich glaube, du kannst es für uns bekommen. Ja, klar. Oh, drei Totenschädel. Ah, das könnte schon ein bisschen schwieriger werden. Aber nehmen wir natürlich mit, die Quest. Okay. 327 Meter Entfernung. Na, wir schauen mal. Also, wir schauen uns jetzt natürlich noch erstmal um. Wir machen jetzt erstmal so ein bisschen Rosinenpicking. Wir holen uns erstmal die schönen Aufträge hier. So, okay. Hank. Was hast du zu sagen? Schade, aber es ist ein Scheiße. Eine Battalion dieser Freunden würde das Baby nicht aufhören. Das klingt sehr gut. Das mache ich. Da haben wir einen Deal. Das ist, glaube ich, auch eine der ersten Missionen, die wir machen werden, weil wir denn das Auto haben. Das ist cool. So, okay, gut. Ich werde mal ganz kurz erstmal... Oh, nee, warte mal. Hier kann ich ja... Da habe ich ja Quatsch erzählt. Ich kann ja nicht verkaufen an der Werkbank, sondern dazu müssen wir tatsächlich wirklich zu einem Händler. Auf der Karte ist der mit diesen drei gelben Geldscheinen angezeigt. Wayne. Handler mit Wayne. Okay, wir wollen erstmal verkaufen. Ich verkaufe jetzt natürlich erstmal alles, was an stumpfen Waffen da ist. Weil wir brauchen ja Platz im Inventar. So, der Tür unten frisst alles kein Brot. Und wir haben Gott sei Dank, okay, eine Gewichtsanzeige. Aber hier oben wird es irgendwann kritisch, ne? Weil ihr seht, Inventar 5 von 12. Wir können also nur gerade maximal 12 Waffen mitnehmen. So, und da müssen wir natürlich ein bisschen gucken, wie wir das am besten machen. So, das ist jetzt natürlich momentan mit knapp 70 SPS meine stärkste Waffe. Ich könnte ja jetzt natürlich gucken, dass ich jetzt solche Sachen... Dann werde ich mal auch verkaufen für vier. Das ist jetzt nicht so gut. So, schauen wir mal. Messing, Schlagring, Tauchermesser. Na, nö. Nö, nö, nö. Das ist alles jetzt erstmal nicht so interessant für uns. Deswegen war es das jetzt. So, Jack. Was hast du zu sagen, Jack? Hey, du bist der, der mir fast den Schädel eingeschlagen hat. Ich will mich sehr gut dran einladen. Nehmen wir alles mit. Wir sammeln erstmal die ganzen Aufträge. Okay. So. Los. Achso. Was ist denn hier los, Freunde? Oh. Ach, wo war der denn? Also man hat ihn ja, man hat ihn ja gehört, aber er kann ihn tatsächlich nicht hier sehen. So, die Ausdauer ist runter. So, und wir haben die Krankenstation gereinigt. Schmerztabletten, die nehmen wir natürlich gerne mit. Verbände, die nehmen wir auch mit. Und von dem Rest. Das war's. So, Jack. Stage is yours. Alles klar. So, das ist immer schon ganz gut, wenn der Arzt arbeiten kann. Wollen wir mal. Okay, ein bisschen Cash gab's. What a bloody Disaster. Meh. Klar, aber dann sollen wir uns das ausdecken. Oh, auch ein bisschen schwierige Aufgabe, aber... Nehmen wir natürlich mit. Ja, ist Hilfetasche. Hm, 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 hm. Eine Sanitätertasche. Na, das können wir hin. Das können wir hin. So, ihr Lieben. Bitte wundert euch nicht. Die Gesichter sehen alle irgendwie so ein bisschen gleich aus und die Frauen sehen alle ganz schön. Lasst es mich so sagen, die sehen so aus, als sind sie schon sehr lange hier in dieser Party-Ecke. Um es mal vorsichtig zu sagen. Suche nach Kellys Ehemann, äh, einem Concierge namens William. Okay. Kein Problem. Sein Name ist William. Er ist ungefähr 6'1", schwarze Haare, gut geschaut. Er ist ein Concierge. Er hat einen Freund namens Doyle, der arbeitet in der Diamond-Diffel-Bundel-Lows. Ich denke, vielleicht ist er da draußen. Aha. Alles klar. So, Jimmy. Sicher doch. Sicher doch, Janine. Gar kein Problem. Na klar. So, natürlich. Die Halskette, Alter. Ich würde dir einen Vogel zeigen, wenn die... Ich brauche unbedingt meine Halskette. Spinnst du? Hast du mal rausgeguckt? Ich habe keine Halskette mehr. Guck dir eine neue. So. Okay. Gut. Und wir haben hier draußen noch eine... So, an ihn kommen wir glaube ich erstmal noch nicht so schnell ran da. Oder doch, nicht hier. Moment. Hallo? Großer Nagel. Hm, okay. Nehmen wir mit. We are doomed. Ja, vielleicht. Okay, gut zu wissen. So, okay. Hier vorne haben wir noch so einen Typen. Mike. Wir kommen zurück. Und diese Halskette starten zu roten. Das glaube ich gern. Wir brauchen eine Halskette, bevor sie mehr anstrengen, diese sterben Mütter. Oh, also die ist auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein bisschen über unserem Level irgendwie, aber wir nehmen sie natürlich erstmal an. Klar. Okay, gut. Schauen wir mal, ob du ein Auto findest. So kann man mehr Gas bewegen. Na klar. Okay. Hole Benzin von der Tankstelle, um Leichen zu verbrennen. Hm. Na klar. Okay, wir gehen kurz in die Quest rein und wir wollen erstmal, Lazarus erhebt sich und zwar, wir brauchen erstmal Ersatzteile für das Auto. Ja, weil wenn wir erst mobil sind, dann machen wir uns hier das Leben wesentlich einfacher, als wenn wir das alles zu Fuß machen. Also wenn wir jetzt wirklich so tanke und da so ein Kanister Benzin holen, also das ist Quatsch. Das ist albern. Was Blödsinn. Das macht keinen Sinn. So, okay. Die Autoersatzteile einfach vorne ran und quasi ausgebaut. Zack. Dann Nummer 1. So, ein bisschen Cash. Nehmen wir natürlich immer. So, ah Mist. Gute Nacht. Dankeschön. So, haben wir hier auch. Ja, hier haben wir auch ein Ersatzteil. Das greifen wir uns natürlich. Hervorragend. Hälfte haben wir. So. Ui. So, Arschtritt. Also Problem sehe ich jetzt tatsächlich wirklich in der Anfangsphase wirklich mit ausreichend Ausdauer. Die wir nicht haben. Die wir echt nicht haben. Wo? Wo? Ich höre es knurren. So, hier fangen wir ab. Okay. Kommt da ran? Ja, kommt dran. Sehr gut. Ich glaube, die haben ja auch alle die gleiche Nummer und Schilder. Ich glaube, vor dem Auto mit dem Cinemalfon angekommen ist, das war das gleiche. So, okay. Das nächste Auto ist... Oha. Ah, Mist. Ein Schläger? Schläger ist nicht cool. Schilder ist nicht cool. Das nächste Auto istjoing.